Dann Das Reisenfestival hat sich total ausgezahlt. Beim Hafen werden viele Leute sein, um die Autos zu bewundern. Also, rase nicht von der Fähre runter. Wenn du auf der Straße bist, kannst du dann Gas geben. Wir fahren ins Landesinnere und treffen uns heute Abend beim Festival. Es ist kein Rennen dorthin, aber du willst doch sicherlich nicht als Letzter ankommen, oder? Bevor wir starten, möchte ich euch danken, dass ihr mir helft, die Autos zum Reisen zu schaffen. Glaubt mir, das ist mein Vorgeschmack auf das, was kommt. Das wird der Sommer unseres Lebens. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hey, hier ist Ben. Wie ist das Auto so? Soweit ich weiß, bist du einer der ersten in Europa, die dieses Ding steuern. Es gibt viele Menschen auf dem Festival, die darauf warten, es zu sehen. Also, schaff es in einem Stück dorthin, ja? In 400 Metern nach links abliegen. Nach links abliegen. Hallo allerseits! Ihr hört Base Arena live vom Horizon Festival, wo die Autos gerade einfahren, die Party begonnen hat und alle Hände in der Luft sind. Na los, kommt alle her! In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Tschüss! Thai-italist. Zeit